Wir sitzen in unserer nächsten Halt, werden wir dann gegen 13.58 Uhr erreichen. Sie haben hier am Schluss die Regionalbahn Richtung Hagen über Wattenscheid um 14.00 Uhr. Können wir in Ordnung für Sie gucken, ob das stimmt, wenn Sie in Esse aussteigen? Normalerweise müsste es so sein. Wir begrüßen dann auch die zugestehenden Gäste im ICE nach München. Unser Zug fährt über Düsseldorf, Köln, Messe, Deutz, den Frankfurter. Flughafen und dann weiter Mannheim, Stuttgart, Ulf Augsburg nach München. Duisburg Hauptbahnhof ist dann unser nächster Halt. Ankunft gegen 14.09 Uhr. Mit Treffanschlusszügen werde ich Sie dann in Kürze über Bordlautsprecher informieren. Willkommen an Bord, sei Sie, head to Munich. Next Stop ist Duisburg Central Station. Available time to online. Vom Joachim Lenschen SZO. Erst Richtung Düsseldorf mit Halt in Düsseldorf Flughafen. 14.16 Uhr Gleis 2. Unser nächster Halt ist Duisburg. Dann noch ein Hinweis für Fahrgäste Richtung Amsterdam. Der nächste ICE International nach Amsterdam. Über Oberhausen an dem Gütrecht nach Amsterdam. Verkehrt hier Duisburg um 15.27 Uhr Gleis 13. Unser nächster Halt ist Duisburg. Ladies and gentlemen, my next stop. Duisburg Central Station. Next Connection ICE to Amsterdam. Feuer an dem Gütrecht to Amsterdam. Aufford an dem Gütrecht. Düsseldorf Airport. Demonstration erst TV 27. Plattform 13. Next Connection to Düsseldorf Airport. And Düsseldorf Airport. Düsseldorf Airport. Next Stop Duisburg Central Station. Meine Damen und Herren, noch den zugestiegenden Gästen und herzlich willkommen im Mainz-Zit nach München. Düsseldorf Hauptmannhof ist unser nächster Halt. 14.22 Uhr, die Ankunft betreffen Schlusszügen. in der nächsten Kürze, die Wortlautsprechung informieren. Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome aboard ICL to Munich. Next stop is Düsseldorf, Central Station. 2.22, Survival Time. Confirm your connection as soon as possible. ...von Flughafen über Neuss, 14.38 Uhr, die Abfahrt in ISC. Und ein Interhalt ist Düsseldorf, Frau Beinung. Ladies and gentlemen, next stop in Düsseldorf, Central Station. Next connection to the train to Kölnborn Airport. Via Neuss, departure today at 2.38.10. Next stop, Düsseldorf, Central Station. Steig hier auf. ... 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 Dieser Zug wird gegen 15.05 Uhr Gleis 11 direkt nach unserer Ausfahrt dann auf Gleis 11 einfahren. Der Mann schluss Regionalexpress nach Koblenz. Die Abfahrt heute 15.25 Uhr Gleis 4. Und Richtung Köln Hauptbahnhof Regionalexpress nach Aachen mit Halt in Köln um 15.08 Uhr Gleis 8. Unser nächster Halt Köln Messe Deutsch. Ladies and Gentlemen, next stop is Köln Affair, next connection intercity to Stuttgart via Koblenz and Mainz, departure 305, platform 11. Regional train to Aachen via Köln Central Street, 308, platform 8, next stop, Köln Central Street. Direkt weiter Richtung München über Frankfurter Main Flughafen Mannheim, Stuttgart, Ulm, Augsburg nach München. Willkommen im ICE 519 nach München hinein. Eine gute Fahrt. Mein Name ist Jens-Henis Trunze. Ich bin jetzt Zugchef. Jetzt bei Fragen und Wünschen helfen mir das Team und ich gerne weiter. Gerne können Sie auch den Comfort-Check-in-Service nutzen. Mit Ihrem DB-Online-Ticket im DB-Navigator einchecken. Sie reisen dann kontaktlos, ohne persönliche Betreuung. Ja, Samstag ist immer voll. Deutschland liebt Eichmannfahrt. Der Samstag ist so voll und einige müssen leider stehen. Ja, Kollegen von mir sagen, mal bitte Gepäck von den Sitzplätzen nehmen. Ich denke mal, das machen Sie eh schon, dass jeder hier einen Sitzplatz findet. Ja, und Verspätung haben wir auch, wie sind Sie es anders gewohnt. Circa 60 Minuten. In Hamburg ist der einzige ICE. Der hatte so große Störungen, dass er nicht auf die Strecke konnte. Und jeder sagt, so wurde er halt ziemlich später bereitgestellt. Ja, dadurch nimmt die Verspätung. Ja, Frankfurt Flughafen werden wir dann circa 55 Minuten später erreichen. 15 Minuten später ist er noch ein Moment. Ja, nicht so weit, dann ist Frankfurt Flughafen. Und die Passagiers, willkommen an Bord auf der ICE-Train. Wir wünschen euch alle eine ganze Zeit. Es ist etwa 60 Minuten. Es ist ein Moment, bei der Preparation der Train. So we accept to arrive, next call in Frankfurt Airport at about 15.45 Uhr. Richtung Dortmund über Mainz 15.58 gleich 7 und an den IZ 2.29 nach Berlin über Frankfurt Hauptbahnhof Hanau Nürnberg 16.01 aus gleich 5. Jetzt zu Ihrem Schluss, wir nutzen so gerne den DB Navigator, den nutzen wir dann auch, damit Sie weiterkommen. Also gerne auch den DB Navigator alternativ benutzen. In ca. 10 Minuten Frankfurt Flughafen, wo Sie umstehen können auf den IZ 2.20 in Richtung Wien über Frankfurt Hauptbahnhof Hanau Nürnberg 16.01 aus gleich 5. Die Passengers in about 10 minutes arrive Frankfurt Airport. Will you connect the train? I see train to Vienna via Frankfurt Central Station Nürnberg. Departure at 16.01 on track number 5. Halbieren gegen Bayern, Frankfurt, Bayern, Frankfurt und Bayern. Damit, das ist ein sehr schönes Flughafen, der meistens reinsteigt, ist der Tag in Bayern, in Bayern nach Frankfurt. Und so im Jahr Anfang in Bayern, wo wir gegen 16.21 Uhr erwartet werden, Sieg nach Zürich oder Karlsruhe Badenbahn von Eiburg-Baden, Gepfad in Mannheim um 16.45 Uhr aus Platz 8. Leider auf der Späte mit über 20 Minuten. Die Besten Justen Connection Information von Baden-Just, Mannheim, Direction in Switzerland. Sieg nach Zürich oder Karlsruhe Badenbahn von Eiburg-Baden, Gepfad in Mannheim, Gepfad in Mannheim, Gepfad in Mannheim. Amart in Mannheim, Gepfad in Mannheim, Gepfad in Mannheim, Gepfad in Mannheim. Amart in Mannheim, Gepfad in Mannheim. Wir haben genug Zeit in Mannheim zum Umsteichen. Wir haben genug Zeit in Mannheim zum Umsteichen, können wir noch ein wenig in Barmen zukommen. Aber es sind immer noch ca. 25 km bis Mannheim Hauptbahnhof. Ich denke mal in so 15 Minuten werden wir dann auch Mannheim Hauptbahnhof erreichen. Ja, bei den Anschlusszügen bin ich gerade dran, also Richtung Basel. Vor allem, da war ja 77. Also wir gehen 70, wo dann in Mannheim abfahren. Haben wir ein Letzten später? In Baden-Freiburg an Basel heute, dann ging 17.10, Ausgleich 8. Dies erhält man ein Abbahnhof, der IG nach Karlsruhe 16.54 und der IC 77 an Zürich über Baden-Baden-Freiburg und Basel am 17.10. Für der E-Track Nummer 8. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh ja. Was ist das? Was ist das? Oh ja. Vielen Dank.